hey freunde willkommen zurück bei arschig heim erinnert ihr euch noch an diesen troll den wir als wir durch diesen schmalen fluss von unserem heim losgefahren sind haben wir am wegesrand zum troll gesehen mit einem baumstamm in der hand ja nun ich wollte natürlich einfach in ruhe nach hause fahren und der troll kam ins wasser ja uns hat zerlegt und zwar ordentlich das lassen wir uns natürlich nicht gefallen und wir holen uns unser zeug auch wieder ihr könnt sehen hier ich kam auch nicht schnell genug von der scheiße da weg warte mal jetzt müssen wir uns die feuerstein axt mitnehmen damit wir uns überhaupt ein bisschen wehren können das ist wahnsinn alter ja schade das ist halt das problem wenn du sagst okay naja gut ich habe die folge beendet fahr ich noch schnell nach hause dann packe ich schon mal das zeug ein dann können wir in der nächsten folge gleich los ich glaube auch nicht dass unser schiff noch da ist denn als ich gestorben bin hat der troll noch schön weiter auf unser schiff eingeschlagen wahnsinn wahnsinn hätte ich euch natürlich gerne gezeigt aber so eine sachen ja wenn sowas offscreen passiert schwierig ne so ärgerlich ich meine zumindest unser zeug können wir wiederholen das schiff können wir ersetzen das ist nicht das problem wir haben ja genügend nägel und so können wir ja alles herstellen kein problem aber unsere ausrüstung will ich auf jeden fall wieder haben ich habe das gerade noch gesehen ne da hat er noch ein bisschen auf unser auf unser schiff eingeschlagen ja mit sowas muss man halt rechnen dann ne ok lass mal überlegen das packen wir weg das edelholz würde ich auf jeden fall haben das ganze zeug was wir brauchen für das burg ne wir haben ja noch ein bisschen zeit bis das despawnt lass mal überlegen was können wir da weghauen brauzwergen trauzwergen trophäe die augen das harz ist mir egal ok den haben wir ja doch ja 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 Platz im Inventar. Nein. Zack. Zack. Bronzenägel, Hirschfell, ein bisschen Holz. Das sind die wichtigsten Sachen. Überladen? Mit was denn, Alter? Der Troll könnte ein Problem werden. Ich meine, zum Glück haben wir jetzt den Rest. Wir haben auch das Edelholz. Zack. Die Nägel, die 80 haben wir. Das ist das Gute, ey. Ich meine, wir müssen nur ein bisschen Holz ersetzen und schon sind wir wieder on the way. Ja, Freunde, tut mir natürlich leid, ne? Das ist Valheim. Aber das Gute ist, dass man im Endeffekt so gut wie alles recovern kann. Ich meine, klar, wir haben jetzt ein paar unserer Fähigkeiten eingebußt. Ich glaube, bis zu 10%. Heißt, selbst wenn wir auf Stufe 100 wären, wäre, glaube ich, das Maximum von dem, was wir einbüßen. Das sind halt 10 Punkte. Also wären wir auf 90 wieder runter. Ärgerlich. Aber es könnte schlimmer sein. Wir könnten auf 0 sein. Alter, innerlich zerreißt es mich, ne? Aber egal. Sehen wir das Positive. Wir sind zu Hause. Wir haben all das Zeug, was wir gesammelt haben. Zumindest das, was nützlich ist. Das haben wir bei uns. Holz haben wir ja drinnen. Da war die Stimme kurz weg. Da können wir ja genügend Zeug herstellen. So, jetzt muss man gucken. Ein Kupfer haben wir ja gestellt. Ist das nicht der Wahnsinn, Alter? Achso, warte mal. Lassen wir erstmal unser Zeug reparieren. Bronze Axt. Der Bogen kommt da hoch. Die Bronze Spitzhacke dahin. Ich dachte schon, wir haben eins eingeboost. Ach, Mann, Freunde. Ehrlich, ne? Das hat mich jetzt ein bisschen fettig gemacht. Zwei Trollleder. Für den Helm. Interessant. Stufe 5 brauchen wir da. Dexel haben wir. Amboss. Achso. Gerbe gestellt. Dexel. Und das ist alles für da. Kohle da rein. Da gucken wir auch noch. Oh. 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 Das Zeug rein. Zack. Und dann können wir nämlich in Ruhe schlafen gehen. Ach, Mann. Innerlich zerreißt mich das, ne? Ich meine, wir haben nicht wirklich was verloren. Halt außer, äh, unsere, unsere Erfahrungspunkte. Und das ärgert mich doch schon relativ heftig. Muss ich mal so zugeben. Geh mal schnell alles rein. Ich denke mal zum Beschwören brauchen wir dann natürlich wieder welche. Wir haben noch vier Bienenköniginnen. Freunde. Das da rein. Dann gehen wir schlafen. Ach, Mann. Das ist ärgerlich. Aber, wir lassen uns von unserem eigentlichen Ziel nicht abbringen. Wir bauen jetzt hier ein Portal. Wir schauen uns mal an, wie man so ein Portal baut. Wir müssten ja eigentlich alles haben, um so ein Portal zu bauen. Also, da mache ich mir wenig Gedanken. Dann nehmen wir uns die Schwänze mit. Das. Bärenmarmelade kommt da auch rein. Wir brauchen drei Stück. Zack. Wir wollten Feuerpfeile mitnehmen. Wie stellt man die her? Acht Holz. Zwei Federn. Wir brauchen also die Federn. Wir brauchen den Harz. Und Holz. Ich habe gerade überlegt, was war das dritte, was ich für einen Pfeil brauche. Wir brauchen den Hektar. Dann wird das dritte, was wir machen. Das ist hier. Ich habe das dritte, was ich für einen Pfiff geben. Holz. Holz. 882, das geht eigentlich. Von den Kosten her passt das. Ja, wir machen ruhig mal. Okay. So, und jetzt gucken. Upgrade. Edelholzbogen. Fünf Edelholz, fünf Kernholz, zwei Hirschfell. Haben wir. Kernholz. Ich habe vergessen, wie viel. Fünf. Zack. Ich trete ihn so in den Arsch. Hirschfell. Ich trete ihn so derb in den Arsch, Alter. Ich überlege auch, wir werden noch normale Pfeile mitnehmen. Denn, liebe Freunde, wir werden natürlich auch, das packe ich kurz hier rein, den Troll, der rumlatscht, den werde ich auf dem Weg dahin, werde ich den aber auch sowas von zwischen die Beine treten. Aber da gibt es keine zwei Meinungen. Krass. Ich habe gerade geguckt, ob wir vielleicht noch, ähm, doch noch irgendeinen Troll-Scheiß noch aufwerten können. Aber sieht nicht so aus. Zehn, zehn. Warum nicht? Warum nicht, Freunde? Wir haben es doch. Und solange es nur Holz ist, das ist kein Problem. Das können wir uns einfach wiederholen. Ist ein bisschen Farming und dann haben wir das. 15, 15 und 6. Das sind keine Materialien, wo ich sage, aber die sind super wertvoll. Bams. Das war's. Maximale Qualität. Maximale Qualität. Maximale Power. Okay, was brauchen wir für ein Boot? Portal erstmal, ne? Karwe. 30 Edelholz. Okay. 20 Edelholz brauchen wir. Das brauchen wir von hier. 20 Edelholz. Den Rest, den haben wir bei uns drüben in der Bude drin. Ha, hier ist Platz. Genau, weil dann können wir hier die Box entfernen. Dann können wir hier das Portal hinstellen. Für das Portal brauchen wir. 2 Sodlingkerne, 10 Augen. 2 Sodlingkerne, 10 Augen. Wie gesagt, das muss jetzt nicht super perfekt sein. Portale eignen sich perfekt, um schnell große der Teile der Welt zu überbrücken. Mich verstehen. Natürlich musst du auch dafür sorgen, dass an deinem Ausgangspunkt ein Portal errichtet wurde. Gib dann beiden Portalen dieselbe Kennung, um sie miteinander zu verbinden. Alright. Portalkennung. Portalkennung. Uralte. Scheiße, ich hab Caps Lock an. So, jetzt. Der Uralte. Das heißt, wir müssen mitnehmen auch. Dasselbe Zeug. Ne? Daran müssen wir denken. So, jetzt nochmal. Zehn Hirschfell, 20 Harz, 80 Nägel. Zehn Hirschfell, 20 Harz, 80 Nägel. Zehn Hirschfell. Achtzig Harz. Nein, das ist Bullshit. Zwanzig Harz, 80 Nägel. Zwanzig Harz, 80 Nägel. Zwanzig Harz. Triggern mich nicht. Achtzig Nägel, deswegen hab ich die extra gepackt. Und dann 30 Dingsholz, ne? 30 Edelholz. 30 Edelholz, Freunde. Was haben wir für Holz? Holz, Holz. Das ist klar. So. Wir haben jetzt auch die besseren Pfeile hier. Und wir haben Flammenpfeile. Außerdem haben wir einen Arsch voll Nahrung. Ich hab übrigens, äh, die Bergbank hierhin gesetzt, damit wir halt hier in Ruhe immer, ähm, unser Boot reparieren können. Wenn's denn repariert werden muss. Fuck. So. Ich würd sagen, wir verlieren gar keine Zeit. Ah, ha, ha, ha. Jetzt wär's beinahe passiert. Edelholz, 20. Zwei Sodlingen, 10, äh, graue Augen. Graue Augen. Zwei Sodlingen. Zehn davon. Und jetzt Edelholz. Warte mal, Kernholz. Hatten wir keins mehr, aber Edelholz hatten wir noch, ne? Edelholz. Ach, fuck. Edelholz. Edelholz war ein Buchen, ne? Nice. War das Buchen? Buchen sind edel. Birken. Die sich tarnen als Buchen. Ja, das Edelholz. Okay, acht. Wie viel brauchen wir? Muss ich mir mal gucken. Hab ich schon wieder vergessen. 30. Pfff. 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 Ah ja. Mein Gott, Freunde. Es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Auf jeden Fall wissen wir ja, der Uralte, der ist im Grunde genommen schon tot. Er weiß es bloß noch nicht. Und wenn wir, ich weiß halt nicht, wie es ist, kann ja sein, dass wenn wir da ankommen, dass der Dude immer noch quasi halbtot da rumlatscht. Das wäre super lustig. Aber auch wenn nicht, wir sind ausgerastet, ausgestattet, ausgerüstet, wollte ich sagen, mit Feuerpfeilen. Ich denke mal, die machen definitiv mehr Schaden. Unser Bogen ist bis auf die höchste Qualität hochgeballert. Das heißt, auch da werden wir definitiv was Cooles machen können. Ich überlege gerade, was wir noch alles mitnehmen müssen. Wir werden in unser Boot reinpacken. Ein Stack Steine. Ein Stack normales Holz. Ich denke, das sollte genügend sein, um eine kleine Hütte zu bauen. Innerlich zerreißt es mich, ne? Lass mal kauen. Ey, gucken. Jetzt braucht man hier Holz, Holz, Holz. Für ein Dach braucht man auch nur Holz. Für eine Tür braucht man nur Holz. Ja, machen wir ruhig zwei Stacks Holz rein. Ein Stack Steine. Ne, damit wir Lagerfeuer reinbauen können. Fünf Steine. Machen wir so zehn Steine nehmen wir mit. Werkbank braucht man auch nur Holz. Feuerstelle braucht man auch nur Holz. Und das reicht ja dann schon. Ja. Zumindest so fürs Erste. Alles andere können wir ja dann, außer, außer, ähm, Erze. Aus Erze können wir ja alles andere durchs Portal dann mitnehmen. Die Sachen fürs Portal. Die. Haben wir jetzt da. Und dann brauchte man dann noch irgendwas. 20 Edelholz. 10 und 2. 20, 10 und 2. 20, 10. Wo habe ich denn 30 schon wieder hergehabt? Schnelles Essen fertig machen. Ja, shit. Sieht so aus, als ob wir erst in der nächsten Folge zum Uralten, beziehungsweise dann natürlich erstmal unser, unser Mini-Haus mit einem Portal aufbauen. Ach, Mensch. Ärgerlich ein bisschen. Aber wir stehen das alle zusammen durch. Ein paar Steine wollte ich mitnehmen. Passt. Ach, trag schon zu viel dann. So. Überladen, ich weiß. Kein Problem. So, auch ein bisschen Harz, dass wir eine Fackel bauen können. Jetzt packen wir mal schon mal alles in unser Boot. Storage. Vielleicht ein bisschen mehr Harz, wäre ganz geil. Ja. Im Endeffekt reicht das, ne? Ja. Jo, dann würde ich sagen, können wir uns ja jetzt schon auf den Weg machen. Zack. Der kommt da rein. So, bringt Kern da hin. Bisschen Holz haben wir noch. Fisch haben wir auch. Ich brauche mal nicht. Wir haben genügend anderen Scheiß. Und genügend Zeug für ein Portal. Wir nennen das lieber in Uhr. Uhr. Alt. Uhr. Alt. Nicht, dass ich die Scheiße vergesse. Okay. Freunde. Ich glaube gar nicht. Innerlich bin ich ein bisschen aufgeregt. Weil mich das auch ein bisschen tatsächlich einfach aufregt mit dem Troll. Aber, ja. Steckt man nicht drinnen. Freunde. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Keine Sorge. Ich parke hier. Noch ein Angriff von dem Troll. Werdet ihr nicht verpassen. Zumindest nicht auf diesem Fluss. Zumindest nicht in der nächsten Folge. Ja. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Jetzt geht's los. Wir bauen unser erstes Portal. Dann werden wir mal gucken, wie man durch die Portale laufen kann. Und, ähm. Ja. Das wird spannend, glaube ich. Däumchen nach oben. Nenten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.